Herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy 7, jetzt sind wir im 12ten Part, ja der letzte Part ist einen guten Monat her, hatte auch einen guten Grund, dass er jetzt relativ wenig kam von mir und wir machen jetzt weiter und ich habe das letzte Mal ein bisschen Mist gebaut und ja, wir sind nicht mehr da wo wir aufgehört haben, wir sind hier wo ich das letzte Mal gespeichert habe, und machen jetzt alles wieder, aber ich mache jetzt alles wieder bis wir dort da sind, wo wir eigentlich hin sollen, also bis gleich, so mein Name, hier haben wir ungefähr das letzte Mal in der Folge aufgehört, wo ich vergessen habe, wie es beim Immunator in Speichern so ging, aber egal, ich habe jetzt eigentlich, U1, ich habe jetzt eigentlich nur was verändert, das ist nicht ganz gleich, die Gruppe habe ich umgeändert, äh 13 heißt jetzt auch John Cloud, wie vorher auch, bloß vom Team her ist jetzt John Cloud und Airbus drinnen, und schauen mal, wie es hier jetzt weitergeht, so ein Wind, und dann gehen wir in Wind, und hin und dann gehen wir in Wind, und dann gehen wir in Wind, und dann gehen wir in Wind, und dann gehen wir ins zu, also, auch noch mal, weil wir das nicht mehr Menschen kriegen, dann gehen wir in Wind, und dann Moment, erst mal was trinken. So, machen wir den mal. Wo liegt denn hier jetzt? Ach da, Kabel. Und ich versuche auch mal wieder in den nächsten Folgen, in den nächsten Folgen würde mal ein Mal sehen, ob alles klappt. Einer ist schon in der Planung. Und zwei. Mal schauen. Wieso ist das? Okay. Okay. Wieso schlafen wirst du mal? Mal sehen, was da passiert. Oh. Türen und Stellen auf. Und die Wachen lag im Boden. Ich hab das von denen geguckt. Mal sehen, was da passiert. Mal sehen, was da passiert. Mal sehen, was da passiert. Bleib mal hier, Johnny. Mal sehen, was da passiert. Mal sehen, was da passiert. Was ist denn das? Neue Monster. Ich habe Glück gegen was die so alle gestimmen. Aber es wird schon viel Sinn. 15. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Test mal. Geil, es funktioniert wirklich. Wie in den anderen Pfeil, wenn sie die Teilen. 4100. Das ist schon ein Pfeil Geld. Aber wir sprechen mal. Vorsichtshalber. Ja. Okay. Und dran. Das sind ein paar Krallen. Ich hoffe, wie man das Blutspot wieder legt. Schau mal kurz, wo ich hier kommt. Hm. Hm. Hm, lass doch mal das Gift weg. Blinde. Hm, ich krieg viel. Ah, halt. Wurst. 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 Ich kann ihn noch nicht, wenn er so schwach ist. Ich kann ihn noch nicht sehen. Ach, Heilung. Kritt. Oh nein, er nimmt nur einen Zeitpunkt. Ich denke, das ist gut. Da ist sie. Sprecher. Sprecher. Ich kann ihn noch nicht mehr aufmachen. Ich kann ihn noch nicht mehr aufmachen. Schöpfe. Ich kann da auch mal auf einen Schöpfe. Schauen wir mal, wir sind oben erwartet Oh, cool Ein Toter 5 senden, das sollte ich nicht noch mal senden Mensch Ein Feigling Ein dicker Feigling Pardon Andere Quatschmusik Ja, das ist aber schön, nur fein finden, so zu spielen und in Erinnerung zu zeigen, mein Nubi Schauen wir mal, was da passiert Nicht so gut Dann ist das Der ist auf jeden Fall hin. Der Präsident. Der ist auf jeden Fall hin. Das ist eigentlich wie im richtigen Leben bloß ohne Monster und Zauber. Der ist auf jeden Fall hin. 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 Oh, okay. Oh, okay. Nee. Ja, das war's für heute. Ja. Geht. Oh, she's coming back. Ja, das ist ja auch so. Oh, das ist ja auch so. Ja, das ist ja auch so. Oh, na, Alter. Okay. Das ist alles ein Gift, alle schlafen, glaube ich nicht. Oh, der Wind, da bin ich. 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 Magie. Magie weg. Magie weg. Oh, ich schon nicht so. Oh, der Wind. Oh, der Wind, da bin ich. Okay. Oh, okay. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das ist der eine Epic-Fight. Ich hoffe ich habe Heilungen drin. Haha. Ich bin nicht so aufgepasst. 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 Das muss weg. Das muss weg. Ja, ich bin jetzt hier. Schaube ja auch. Ja, ich bin jetzt hier. Ah, ich bin jetzt hier. Die Kappen. Die Kappen. Die Kappen. Oh da ist die Masse... Oh da ist die Masse... Oh da muss ich mal mitgehen. Wir müssen das mal mitgehen. Wie ist das? Das ist die Masse und die Masse. Das ist eintönig, ich weiß, aber es ist halt so der Scheiß-Pack-Pack-Pack-Pack-Pack-Pack-Pack-Pack. Was ist das? Besser,嗯, was ist das? Oh was? Oh, ohne Hilfe! Ich habe mich jede Runde in den Trank geschmissen! Warte, ich habe schon... ...acht Stunden gebraucht? Oh, er musste aber jetzt nicht sein ... Das ist auch schon Wenigstens... ... was bekommen Oh, schöne Eltern Er ist nicht so gut Unfall Ich hoffe, ich habe mich nicht tot Aha Das war's für heute. Oh, das ist ja schon mal, da muss ich das schon So, ich speichere hier und werde auch hier den Part beenden. Also, werden wir uns in der 13. Part wieder finden. Und da werden wir unsere Freunde suchen. Also, man sollte meins nehmen. Bis denn, Baba!